Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öhn hier und herzlich willkommen zum 40. Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute endlich mal wieder ein gechilltes Night Let's Play. Es ist ja auch gerade bei Uncharted hier mitten in der Nacht. Wir sind ja am Flughafen. Wir wollen jetzt hier in das Flugzeug eindringen. Das ist unsere letzte Chance. So heißt auch dieses Kapitel hier. Eleanor ist schon da hinten, das Garagentor um hochheben und wir werden ihr gleich helfen. Aber bevor wir starten, Freunde, ich habe eine etwas schlechtere Nachdeck, aber die ist nicht so schlimm. Und zwar wird der Release von Uncharted 4 um eine Woche verschoben werden. Das heißt, das Spiel kommt eine Woche später raus, anstatt am 26. April, glaube ich, jetzt am 3. Mai oder so. Irgendwie sowas, glaube ich, war das. Und ja, was ich noch sagen wollte, ab morgen, also dem 4.3., startet die Open Beta von Uncharted 4. Also ihr könnt alle auf der PS4 die Beta runterladen, übers Wochenende mal antesten im Multiplayer-Modus. Ich habe es ja schon mal angetestet hier auf dem Kanal, auch Let's Plays hochgeladen. Und war eigentlich ziemlich cool, aber natürlich liegt all die Hoffnung, die Erwartungen auf der Kampagne, Alter. Und ja, aber die sagen, starten wir jetzt auch direkt. Oi, 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 gönnt euch mal diesen Ausblick hier. Eleanor, nice booty, man. Okay, wir müssen jetzt mal helfen, dir das Garagentor hochzuheben. Wir müssen jetzt wirklich leise sein, Freunde. Runter, komm, runter. Boah, ich habe die Night Let's Plays vermisst. Okay, und jetzt runter. Und jetzt runter. Und jetzt runter, oder? Okay. So, jetzt sind wir hier drin. Alles klar, wir müssen jetzt mal ein bisschen rumschauen. Ja, das ist das Geilste, was es gibt, finde ich. Wenn man mitten im Spiel, wenn das im Spiel auch nachts ist und ihr das Let's Plays nachts aufnimmt, dann eignet sich dieses Night Let's Plays einfach nur perfekt. Und das ist einfach echt optimal. Anscheinend geht es auf der anderen Seite raus. Okay. Ja, wir müssen mal schauen, wo es weitergeht. Ich würde sagen, da oben, da oben. Das sieht doch schon mal perfekt aus. So, was haben wir für Waffen dabei? Wir haben eine Schalldämpferwaffe dabei auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Ach, scheiße. Wenn nicht so laut, du Idiot. Tschöne eure Eier. Ja, Freunde, ich werde auf jeden Fall die Uncharted Let's Plays immer alle maximal... Maximal eine halbe Stunde halten, Freunde. Weil, ähm... Das ist dann einfach... Dann ist die Kampagne zu schnell durch. Wir wollen ja auch nicht so einen krassen Abstand haben zu Uncharted 4. Ich schiebe, du lenkst. Okay. Ja, dann... Ach, sag mal. Kreis. Die muss jetzt lenken. Eieiei, das kann was werden, ey. Die sind schon hier einfach Autos am Verschieben, damit die da oben aufs Fenster hinaus klettern können, ey. Ja, Freunde, wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, bei 70% ungefähr angekommen. Da oben haben wir das Spiel jetzt schon so quasi zu zwei Drittel ungefähr durch. Aber es wird auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen. Das sage ich euch. Einiges wird noch kommen. Eieiei, und jetzt hau den Gang rein. Ach, du Scheiß. Wow. Alter, war das knapp. Hast du gesehen, wie knapp das war? Was macht denn Elena jetzt da drin? Wie sollen wir die da reinholen, ey? Eieiei, boah, richtig geil, Mann. Schön mitten in der Nacht wieder ganz gechillt, Freunde. Haben sich auch wieder viele von euch gewünscht. Ein schönes Night-Let's-Play hier wieder. Und genau das bekommt ihr auch heute. Das eine, das nächste Let's-Play, was heute noch online kam, beziehungsweise schon online gekommen ist, ist nämlich Uncharted. Ey, was für Uncharted ist. Was ist denn da los? Hä? Ach so, man muss da hoch. Okay. Ah. Okay. Jetzt würde ich sagen, springen wir einfach gegenüber aufs Dach und öffnen Elena das Fenster, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ihr seht noch keine Wachen hier. Aber da hinten ist das Flugzeug. Habt ihr das gesehen? Da hinten war auf jeden Fall das Flugzeug. Schön. Okay. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir die hier durchbekommen. Das können wir auf keinen Fall zerschießen, Leute. Weil... Mann, was für ein Vogel. Boah. Was ist das für ein Flugzeug, Alter? Das ist ja wie bei Fast and Furious. Ich höre die Tür. Ich höre zwei Kerle. Ach du Scheiße. Ich höre zwei Kerle. Ei, ei, ei. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, Leute. Wir können jetzt wirklich Gegner sein. Die Frage ist... Da. Da sind ja wirklich Gegner. Ach du Scheiße, Mann. Ei, ei. Warte mal. Erst mal den hinteren Headshot. Da. Hier. Perfekt. Zwei Gegner hat sie gesagt. Nämlich wir vertrauen jetzt einfach mal blind der Ele nach. Wenn die sagt, zwei Gegner waren das, zwei Gegner. An dem auch andere Waffen. Ja, aber die bringen uns nichts. Weil die haben halt keine Schalldämpfer und so. Deshalb, Freunde. Macht das keinen Sinn. Ja. Und die Frage ist, wie kriegen wir jetzt die Türe auf? Das ist jetzt nämlich die andere Frage. Hm. Müssen wir uns erst mal ein bisschen hier umschauen, Leute. Ey, so die Umgebung und alles erinnert schon ziemlich an Last of Us. Obwohl das Spiel vor Last of Us rauskam. Also die haben von Last of Us auf jeden Fall hier einige Dinge übernommen. Wir dürfen jetzt hier auch nicht zu viel Lärm machen, weil wir sonst gehört... Ah, guck doch mal hier. Ja, das habe ich gar nicht gesehen, dass das Schlösser sind. Komm, Elena, wo bist du? Da ist er doch. Oha. Ach du... Oh Gott, wir haben keine... Okay. Okay, jetzt können wir Action machen hier. Schieß die Kiste ab. Und explodiert die Kiste da nicht. Ach du... Zack, kriegt ihr zurück die Granate. Boom. Perfekt. Das sind diese arabischen Leute, die für den Scheich arbeiten, ey. 100 Prozent. Diese Scheich-Sklaven. Hier. Und ich dachte, wir müssen das alles ganz leise hier erledigen. Und vor allem mal... ...kommen die da mit dem Auto reingefahren, ey. Heute diese arabische Melodie im Hintergrund. Alter, richtig geil, Mann. Auf solche Musik stehe ich. Vor allem in Filmen und bei Spielen. Das macht eine ganz andere Atmosphäre für mich. Oha. Oha, der kontert, Alter. Mit seiner Brille, Alter. Fisherman's Friend. Hier, kriegst du den. Der hat eine Kalaschnikow 7. Ja, und du? Äh. Wunderbar. Gleiches Spiel? Ja. Das könnte nochmal klappen. Was wollen die jetzt machen, Alter? So. Achso, die wollen den Wagen wieder rausschieben. Sind die dumm? Schon wieder mit dem Scheißwagen, ey. Aber wohin wollen die den Wagen da durchschieben? Ich kann mir nichts anderes vorstellen, anstatt... ...wollen die jetzt da volle Kanne gegen das Tor zulaufen lassen, ey. Das wäre ziemlich blöd, weil das hören die doch alle dann. Die sollen doch so leise wie möglich bleiben. Eiei. Es rollt weg! Es rollt weg! Oh, 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 es rollt weg! Oh, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut! Ja, genau das meine ich. Ich habe schon vorausgedacht. Ei, ei, ei. Ihr schluckt das, Alter. Könnt ihr mal ein paar Granaten hier fressen, ihr Pisser. Zack. Bam, Junge. Bam. Bam, Junge. Schön. Nehmen wir seine Waffe hier. Zack. Alter, das ist eine richtige Schlappschwänze, Alter. Und die sollen die Wachen sein. Die haben noch gar keine Chance. Aber das mit dem Rollen habe ich mir schon irgendwie so gedacht ein bisschen, Freunde. Weil das ist einfach zu offensichtlich. Alter, voll geil hier mitten in der Nacht. Hier hoch. Ach, ich weiß nicht, dass da Gegner sind. Müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen. Ne. Da ist keiner. Ei, ei, ei. Da sind aber Gegner. Wir haben jetzt keine schallgedämpfte Waffe mehr. Ei, ei, ei. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir das machen. Ich würde sagen, wir können die... Zu viele. Wir müssen einfach so leise wie möglich sein. Deshalb. Genau, leise wie möglich sein. Deshalb müssen wir leise sein wie beim Night Let's Play. Den packe ich mir erstmal. Okay, abballern können wir die auf keinen Fall. Wir müssen so schielen wie möglich. Ei, 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 Leute. Ach, du Scheiße. Gleich werden wir... Ah, da hat er eine schallgedämpfte Pistole. Perfekt. Der hat eine schallgedämpfte Pistole, Leute. Das müssen wir ausnutzen. Schnell, schnell. Schnell mit der schallgedämpften Pistole, ja. Zack, Headshot. Okay, weiter, weiter, weiter. Wir müssen die... So schnell es geht ausschalten, sodass keiner alarmiert wird. Weil mit der... Ah, Mist. Das war überhaupt... Wir wurden entdeckt. Ja, das war's mit dem Überraschungseffekt. Wir müssen die Kerle schnell ausschalten. Halt den Kopf und... Da ist noch einer. Ah, scheiße, da waren zwei. Deshalb haben die mich gesehen. Der hat gesehen, dass sein Kollege abgeballert wurde, glaube ich. Hier, Granate kannst du selber fallen lassen, du Pistler. Ich würde sagen, die schallgedämpfte Waffe behalten wir. Da die uns sowieso gesehen haben, nehmen wir jetzt einfach die Schrotflinte. Bam. Kommt her. Bam. Weil die schallgedämpfte Waffe benutze ich lieber dann, wenn wir sie auch wirklich... Oha. Oha, Alter. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Ei, ei. Ach, du Scheiße, Alter. Ich muss ja weg. Boah, fuck. Ach, du Scheiße. Was hat der für eine... Alter, hat der mich erschrocken, ne? Der hat denn eine echt krasse Waffe dabei. So, die wissen jetzt nicht, wo ich bin. Oder doch? Egal. Einen. Ach, Scheiße. Ich wollte ihm unbedingt einen Headshot geben. Wo ist Elena, Alter? Oha. Da ist einfach direkt um die Ecke hier. Oha, da ist oben einer mit Laserwaffe. Hier in der Fresse. Alter, hier sind echt ziemlich viele Gegner. Geil, wir kriegen das hin, Leute. Ich pack mir die jetzt einfach mal. So. Denken die auch so hier. Die können mich verarschen. Wen wollt ihr verarschen, ne? Da bin ich. Oh, das ist Elena. Ich wollte die gerade schon abballern. Boah, was war das denn dran? Boah, T-Bolt-Sniper. Oh mein Gott. Jetzt kann der Spaß beginnen, Freunde. Jetzt kann der... Oh, shit, Alter. Wow, 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 wow. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Schön Headshot, Alter. Guck mal so. Granate ist hier. Oh nein. Ach, du Scheiße, Alter. Nein, ey. Boah, da waren ja voll viele neben mir. Okay, Freunde, wir müssen das besser hinkriegen. Wurden wir jetzt schon entdeckt oder noch nicht? Ich glaube schon, oder? Ja. Ach, du Scheiße, ey. Egal, Mann. Wir machen das jetzt, Freunde. Wir machen das jetzt. Der Öni regelt das schon mit der T-Bolt-Sniper. Die packe ich mir jetzt. Zack, zack. Erstmal boxen wir die hier weg. Oh, je, je. Wir kriegen ja gerade voll auf die Fresse. Das kommt home kaputt. Boom, perfekt. Ach, du Scheiße, Alter. Wir müssen wirklich erstmal diese Leute mit dieser fetten Rüstung ausschalten. Genauso wie den da. Genau der. Ei, ei, ei. Aber diese Stelle ist überhaupt nicht einfach, Leute. Überhaupt nicht einfach. Bam, deine Fresse. Zack. Alter. Boah, voll auf seine Finger fast. Wir haben nur noch zwei Schüsse mit dieser Waffe. Wir können... Eieiei, nur noch einen Schuss. Wow. Okay, Freunde, wir müssen das jetzt irgendwie machen, Alter. Ich packe mir von dem einfach die Schrotflinse. Die hat auch eine geile Waffe. So, wir müssen aber ein bisschen mehr mit Granaten spielen, ey. Die kommen von allen Seiten, ne. Das ist echt krank. Zack, in deine Fresse. Wir müssen wirklich beobachten, wo die sind, Alter. Ich sehe keinen mehr. Da oben, da kommt schon einer. Der will sich anschleichen. Ach du Scheiße. Der kommt aber richtig gut angeschlichen. Zwei Stück von denen. Ach du Scheiße. Ey Leute, das ist echt kein Zuckerschlecken hier. Ich schwöre es euch. Jetzt. Jetzt. Da hat gar nichts gebracht. Alter, Leute. Kannst du mir sagen, wie man das schaffen soll? Schmeiß die Granate weg. Och du Scheiße. Alter, was geht hier ab? Was ist das für eine Mission? Schieß drauf. Wow, 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 wow. Ach du Scheiße. Alter. Leute. Okay, folge mir. Ey, wir haben so Glück gehabt, ne. Das war wirklich eine der krassesten Stellen überhaupt, fand ich. Die war echt verdammt schwer. Wir hatten wirklich Glück gehabt, dass wir da nicht getötet wurden, ey. Das war ja mal echt verdammt knapp. Verdammt knapp. Junge, Junge, ey. Eine Stelle in Düsseldorf sieht genauso aus wie hier, ey. Ohne Witz, das ist nämlich gerade voll dran. Ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert. In Därendorf, da die Brücke. Düsseldorf, Därendorf, da die Brücke. Wenn man da unter Führung geht, da auf die Autobahn fährt. Sagt euch bestimmt jetzt gar nichts, aber ich erinnere mich da auf jeden Fall dran. Wo kann das jetzt hier weitergehen? Ich würde sagen, wir müssen hier hochklettern. Junge, 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 Leute. Ey, erst mal wieder klarkommen, ne. Das war echt verdammt schwer. Verdammt schwer. Da wird es nicht weitergehen. Hier muss es ja wohl irgendwo weitergehen. Al, was steht da? Al, Abdullazis, Al-Sheri. Was labern die da? Ich verstehe nicht, was wir machen müssen. Warten wir erst mal schauen, wir uns hier in Ruhe um. Da hinten, da ist eine Türe. Oder event... Ne, da geht es hoch. Ich sehe schon jetzt. Hier geht es hoch. Genau hier. Ich bin noch nicht blind. Ah ja, chill. Wir sind fast da. Es ist hinter dem Dach. Ich nehme jetzt mal die... Oh, guck mal das Flugzeug. Oh mein Gott, guckt euch das Flugzeug an. Ach du Scheiße, das sieht ja mal krank aus. Ey, jetzt die Sniper. Ach du, guck mal, was für ein Flugzeug das ist, Alter. Ich bitte euch. Krank, ey. Oh, die wollen jetzt gleich locker drauf, ey. Die wollen gleich locker abheben. Ey, gleich kommt, glaube ich, eine richtig krasse Stelle. Irgendwas sagt mir mein Gedächtnis, dass es jetzt richtig krass wird. Das ist auf jeden Fall das Auto. Das ist nicht umsonst da. Okay. Sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja. Ich werde... Ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. Okay. Halt mir den Rücken frei. Mach ich. Hey, was zum... Was machst du? Elena, hör zu. Oh, verdammt. Ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein. Bitte. Seien wir ehrlich. Die Chancen stehen eins zu einer Million. Ich hab dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Na, mach schon. Du hast nicht viel Zeit. Abschied, Todre. Aber das war nur das Richtige. Er will sie schützen. Weil er sie liebt. Du hast das Richtige gemacht, Nate. Und jetzt packen wir das. Komm, Leute. Jetzt machen wir das. Ach du Scheiße. Da ist das Flugzeug. Okay. Wie gehen wir jetzt am besten vor, Alter? Da hoch können wir? Nee. Wir müssen da durchziehen, Alter. Das flügt nicht. Ist das gleich... Oh, das hebt ab. Ach du Scheiße. Ach. Das Flugzeug hebt ab. Ich muss schnell weg. Wir müssen hinterher, Leute. Wir müssen hinterher. Ach du Scheiße, Leute. Hoch, hoch, hoch. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen das Flugzeug kriegen. Ach du Scheiße. Es ist ja noch überall Wachen, ey. Ey, Leute. Das wird richtig schwer werden. Pack dir die Waffe. Ach du Scheiße. Alter, das Flugzeug ist doch schon gleich fast weg. Ich muss hier weg, Leute. Komm, komm, komm. Schneller, schneller. Jalla, jalla, jalla. Schnell, 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 schnell. Alter, Freunde. Was für eine Dramatik hier. Oh, oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Zieh durch, Nathan. Zieh durch. Zieh durch. Zieh durch. Spring. Spring, spring, spring. Spring, spring, spring. Renn, 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 renn und dein Leben. Komm, 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 komm. Ach du Scheiße. Und jetzt? Ach du Scheiße. Guck mal, was für eine Aussicht. Alter, wo soll ich denn hin? Wo soll ich hin? Was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Komm, 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 komm. Scheiße. Was soll ich machen? Nein. Oha. Ach du Scheiße. Elena ist da. Ich fasse es nicht, ey. Komm, komm, komm. Spring, 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 spring. Spring, spring. Wie, was? Ich hab's gewusst. Bring mich einfach ans Fahrwerk. Vorsicht. Au, 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 au. Halt ihn ruhig. Shit, shit. Halt ihn ruhig. Nach links. Weiter da rüber. Komm, 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 komm. Ans Vorderrad, ans Vorderrad. Spring. Warte, warte. Nach rechts. Warte, warte, warte. Spring jetzt. Und jetzt. Perfekt. Ach du Scheiße. Jetzt aber schnell hoch. Nein, schnell hoch. Schnelle hoch. Alter. Der hängt da einfach im Freien. Der ist doch behindert. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, Mann. Der ist doch krank, der Typ, ey. Der ist einfach nur krank. Heftige Scheiße, oder, Leute? Ich fand das jetzt richtig heftig. Alter. Kranke Stelle, auf jeden Fall. Sind wir jetzt hier im Flugzeug, ey. Überall Rotlicht. Und hier beginnt das nächste Level. Ist schon mittlerweile wieder Tageslicht geworden. Kapitel 17. Blinder Passagier. So kann man das jetzt Player auch nennen. Blinder Passagier. Oh shit, Alter. Wir haben jetzt aber keine schallgedämpfte Waffe. Wir sind jetzt einfach hier im Flugzeug drin, ey. Junge, ey, der Nathan Bond, der ist alles. Der ist James Bond, der ist Nathan, der ist alles. Ich habe Angst, dass ich jetzt gar nicht erschreckt werde. Warum habe ich Angst, dass ich erschreckt werde? Warum habe ich Angst? Nicht hingucken, Leute. Jetzt kommt ein Schocker. Jetzt kommt ein Jumpscare, Leute. Jumpscare, Jumpscare. Ohne Witz, Mann. Ach du Scheiße. Das ist wieder so ein Riesenmonster, Alter. Aber das ist wieder der Vogel, Alter. Das ist wieder der Pisser. Eieiei. Ach du Scheiße, wir müssen jetzt rausschmeißen. Oh shit. Oh shit. Eieiei, eieiei, eieiei. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Was soll ich denn jetzt machen hier? Zack, pack ihn dir. Bond, Bond. Alter. Guck dir den Mann, das ist das Riesenbaby. Alter, den kennen wir doch. Hier, jetzt schmeißen wir dich raus. Bam, bam. Bam, Junge. Weiche Ausneven. Gib ihm eine Bond. Oha. Scheiße. Zack. Junge, was für ein Kampf hier, Alter. Über 96 Hours. So, du Pisser, Alter. Schnell, mach die Luke zu, Alter. Komm, 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 komm. Steh, schnell, schnell, schnell. Komm, schnell, schnell, schnell. Zieh, zieh, zieh. Und jetzt bist du gefickt. Jetzt bist du gefickt. Danke, dass ihr Bock habt. Ach, du Scheiße, Alter. Schmeißt einfach alle. Ei, 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 ei. Ach, du Scheiße. Oh, wow. Wow. Ach, du Scheiße, wir sind am Arsch. Ach, du Scheiße. Komm, oh mein Gott. Was ist das denn hier für eine Stelle, Alter? Wie ein Actionfilm. Zieh durch, Neven. Zieh durch, zieh durch. Schnell, schnell, schnell. Wir sind ja einfach mitten in der Wüste. Ja, da kommen schon die Gegner, Mann. Da kommen schon die Gegner. Bitte. Du schmeißt den einfach runter. Ach, du Scheiße, Junge. Komm, 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 komm. Weiter, weiter. Werden irgendwo abgeballert? Ei, 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 ei. Spring, spring, spring. Junge, Junge, komm. Wir müssen den einen da gleich abballern. Komm, lauf, lauf. Du bist gleich da. Du bist gleich da. Du bist gleich da. Jetzt, jetzt, jetzt. Schieß. Oh, yo. Schnell, schnell, schnell. Schnell, spring. Spring, 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 spring. Schnell, jetzt ballern, ballern. Mach die Luft. Ach, Scheiße. Geht in die Runde. Schnell. Bam. Perfekt. Weg, weg, weg. Hier, weg, weg, weg. Ach, du Scheiße. Ei, 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 ei. Ach, du Scheiße, Alter. Schnell in die Fresse, allen ballern. Boah, das Schiff brennt. Das Flugzeug brennt. Warum brennt das denn auf einmal? Ach, du Scheiße, Mann. Warum brennt das auf einmal hier alles? Was geht hier ab, Leute? Leute. Alter, das ist doch krank. Leute, was ist das für ein Level, Mann? Ich bitte euch. Wow, wow, wow. Ach, du Scheiße. Alter, was ist das? Ey. Was ist das für ein Level, Mann? Das ist ja so eine Atmosphäre. Das ist unglaublich, Leute. Komm, komm, komm. Komm, Entdeckung. Ach, du Scheiße, Mann. Alter, das Flugzeug stürzt ab. Wie soll man das schaffen, Alter? Man hat ja gar keine Entdeckung. Egal, Leute. Komm, jetzt nochmal. Komm, komm, komm. Wir müssen nicht mal Granaten oder so. Aber wir nach hinten haben wir. Wir müssen versuchen, so viel wie möglich in Deckung zu bleiben. Guck mal, viele da kommen, Alter. Einfach 20 Leute. Den habe ich. Ergelt mir. Alter, wie das hier am Wackeln ist, ey, ich komme darauf nicht klar. Ach, du Scheiße. Nathan, das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Das Flugzeug stürzt ab. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ey, Leute, Mann. Ich bin gerade so im Film, ne? Was? Ach. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ach, du Scheiße. Komm, komm, komm. Halt dich daran irgendwie fest. Alter, was geht hier ab? Ach, du. Scheiße. Komm, komm. Dreck, 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 Dreck. Komm, 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 komm. Falsch anziehen. Alter. Ey, Leute. Das ist ein Applaus wert. Also diese Sequenz. Krank. Das Flugzeug ist einfach in der Wüste abgestürzt. Nein. Alter. Die Rup Al-Khali. Alter. Das ist einfach in der Wüste. Hört mal die Musik, bitte. Und wenn da jemand mich sagt, dass das das beste Story-Spiel ist aller Zeiten, ey, dann weiß ich auch nicht mehr. Was geht über Uncharted? Nichts. Ach, du Scheiße. Jetzt sind wir hier mitten in der Wüste, Alter. Ohne Wasser, ohne Essen. Der wird bestimmt gleich eine Fata-Morgama sehen, ey. Was machen wir jetzt? Ei, ei, ei. Ach, du Scheiße, Leute. Das ist das Ende, Alter. Was wird jetzt passieren, ey? Boah, die Wüste ist das Schlimmste, was es gibt, Alter. Kein Wasser, kein Essen, kein Trinken, nichts. Es gibt nur noch dich. Und die Wüste, das Sand, der Sand. Was führst du mit der Acker? Ach, du Scheiße, die sind alle vergraben worden. Boah. Wie krass das aussieht, Alter. Da werde ich ein geiles Thumbnail fürs Video hinkriegen, ey. Die Frage ist, wo willst du jetzt hin? Wohin? Großartig. Dann mal los. Ach, du Kacke, ey. Das kann ja jetzt was werden, Leute. Hättest du erstmal lieber nach Wasser geguckt, aber ich glaube nicht, dass da viel übrig geblieben ist. Guck mal, das ganze Flugzeug ist einfach zerstört worden. Ey, Nathan, Mann. Wie will er da wegkommen? Guckt euch mal die Wüste an. Das sieht aus wie bei Aladdin. Der ist mitten in Nirgendwo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was jetzt passiert, Leute. Wir lassen uns überraschen. Krank. Was das für eine Action-Szene war mit dem Flugzeug und so. Respekt an die Machbar. Das haben die richtig geil hinbekommen. Ach du Scheiße, wir müssen sogar gehen. Ich muss den steuern. Das wusste ich gar nicht. Ich chill da gerade die ganze Zeit meine Eier. Ach du Scheiße. Guck mal, wie der schon am Humpeln ist, Leute. Der ist wirklich schon fast am Ende. Merkt ihr das? Ach du Scheiße. Ich kann nichts drücken. Ich kann nur nach rechts drücken. Wohin willst du hin, Mann? Also ich würde da, glaube ich, echt verzweifeln. Guck mal, es ist mindestens 40 Grad. Die Sonne prallt die ganze Zeit auf deinen Kopf. Das Einzige, was er machen kann, er kann warten, bis Nacht ist. Aber trotzdem braucht er irgendwie Wasser, Alter. Der braucht irgendwie Wasser. Das ist natürlich ein krasses Abenteuer. Aber ein Abenteuer, was du nicht unbedingt überlebst. Ey, krass, Mann. Wenn der jetzt Wasser dabei hätte. Und er jetzt so einen Rucksack mit Wasser und so alles dabei hätte, wäre heftig. Okay, es wird schon Abend oder... Nee, Mann. Da bildet sich wieder irgendwas ein. Boah, ist das hell. Boah, wie fein der Sand ist, Alter. Richtig geil sieht das aus. Heftig, Mann. Die Grafik ist echt bombastisch. Haben die richtig gut hinbekommen. Da hinten ist irgendwas. Ich glaube, das ist die Fata Morgana, Alter. Guckt euch das... Alter, guck mal, wie das hier aussieht. Wie geil, ey. Hammer, wie die die Grafik verbessert haben. Okay. Komm, Nathan, Alter. Das packst du. Guck mal, wie der schon an Verzweifeln ist, ey. Ach, du Scheiße. Ich muss Wasser finden. Wasser wäre gut. Was ist das da hinten, Leute? Ey, das sieht aus wie ein Brunnen. Ich schwöre, ich sehe, das sieht aus wie ein Brunnen. Oder? Ein Brunnen. Ja, ein Brunnen. Oh Gott, sei Dank. Ach, du Scheiße. Kein Wasser. Zieh hoch, zieh hoch. Vielleicht kommt da ein bisschen Wasser mit. Ich hoffe, da kommt jetzt ein bisschen Wasser für ihn mit. Ob kalt oder warm. Hauptsache Wasser. Nichts drin. Ei, 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 ei. Der arme Nathan, Mann. Allein in der Wüste. Auf sich gestellt. Das muss ein Scherz sein. Wo lang gehen wir denn jetzt? Du Scheiße. Einfach da in den Sandsturm rein, ey. Einfach, no risk, no fun, Alter. Einfach in den Sandsturm rein. Ei, ei, ei. Guck mal, Alter. Ey. Was wird jetzt passieren, Leute? Oh, ist es schon mitten in der Nacht? Boah, sieht das. Okay. Wo bist du, Sally? Wo bist du? Alter. Das sieht krank aus, Leute. Vergewaltigt den Like-Button. Für diesen Ausblick. Ach, komm schon, Nate. Okay, da. Da ist Orion. Da ist der große Wagen. Mist. Wer hätte zur Navy gehen sollen. Ach, du Scheiße, ey. Boah, Junge, der arme, Mann. Der verreckt doch da. Ja. Ah, wer ist denn da am Winken? Mit wem? Sally? Das ist doch nicht Sally, Alter. Das ist Sally. Sally. Was macht der denn da? Oh mein Gott, da ist eine Palme. Ey, schnell dahin, schnell dahin, schnell dahin, Leute. Das bildet ja sich nur ein, Mann. Das ist alles Fata Morgana. Fata Morgana bedeutet... Oh mein Gott, guck dir. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Ach, kriege ich ja direkt Durst, Alter. Lecker Wasser. Boah, ich habe auch richtig Durst gerade bekommen. Ich gönne mir gleich noch am Let's Play. Erstmal schöne Flasche Wasser, Alter. Freunde, ihr solltet auch viel Wasser trinken. Wasser ist gesund. Wasser ist sehr gesund. Alles schön Wasser trinken. Keine Cola, kein Falter, kein Schwein. Welche Wurzeln klammern hier? Alter, werden da geredet von Lauf? Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Das Wasser verschwindet. Moment mal. Menschensohn, du weißt es nicht, er rätst es nicht. Ach, du Scheiße. Das ist wieder das gleiche... Denn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Der Bruch. Wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Die Grille, keine Erlösung. Und der trockene Stein, kein Rauschen des Wassers. Ach du Kacke. Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Der läuft im Kreis rum. Mist. Verdammt, Nate. Scheißdreck, scheißdreck. Das ist Nades Ende, Alter. Wie soll er das überleben, Leute? Wie soll er das überleben? Sagt mir das. Das ist gerade so spannend. Oh mein Gott, jetzt kommt noch ein Sandsturm. Wenn jetzt noch ein Sandsturm kommt, ist es echt vorbei. Alter, guckt euch das... Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Wer redet da? Da ist Schatten, Alter. Komm, in den Schatten unter dem roten Felsen. Ich fange schon an zu schwitzen, ey. Jetzt verschwindet der Felsen. Ey, das ist echt krank, Mann. Ich dachte vor, ihr müsst sowas durchmachen, ey. Da ist der Schatten. Entschuldige, nein. Und ich zeige dir etwas anderes. Als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Stau. krank. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, drückt mal hier Pause. Weil man soll immer aufhören, weil es am schlimmsten ist. Wir haben die halbe Stunde erreicht. Und jetzt seid gespannt, was hier in der nächsten Folge passieren wird, Alter. Das wird noch richtig krass werden, ey. Ich freue mich drauf. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Wir werden ab dieser Stelle genau weiterspielen, wo ihr unter diesem Felsen eingeschlafen ist. Und dann gucken wir mal, was uns in der nächsten Folge hier erwarten wird. Seid gespannt. Schaltet in drei oder vier Tagen ein, wenn die nächste Folge weitergeht. Das wird unnormal spannend. Heute kam noch GTA San Andreas Online. Gönnt euch die Folge. Ihr seid die besten Leute. Macht's gut. Vergewaltigt den Like-Button für die Folge. Die war richtig geil, Alter. Es gibt viele, die 8000 Likes sind für Uncharted. Macht's gut, Freunde. Euer Önis Ramos. Haut rein. Und ciao.